Ich habe hier heute mal aus meiner Sammlung alle Dynamo Scheinwerfer rausgesucht, die man heute auch noch kaufen kann. In diesem Video gehe ich mit euch mal zusammen die Unterschiede durch, stelle euch einige konkrete Messungen vor, zeige euch vergleichbare Ausleuchtungsfotos von diesen Scheinwerfern, um die Frage zu klären, welcher Scheinwerfer ist denn für euch der beste. Insgesamt habe ich hier 20 Scheinwerfer. Von AXA den Pico 30 und den Blueline 50, von Busch & Müller den IQX, Luxus, CIO Premium, IQXS, AIC und AVI, vom finnischen Hersteller Hermanns den H-Black Pro, MR8 und MR4, den Edelux 2 von Son, von Spanninga den AXA 60 und den AXA 40, von Treloc den LS 775 und den LS 383 und noch vier eher günstige Scheinwerfer von Büchel, Profit, Luxra und Union. Hier übrigens nochmal kurz zwischendurch ein kleiner Transparenzhinweis. Die meisten hier behandelten Scheinwerfer habe ich mir selbst gekauft und auch bezahlt. Einige wurden mir aber kostenfrei vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Welche das sind, hier kurz aufgeführt. Natürlich gibt es am Markt noch eine ganze Menge mehr Scheinwerfer. Ich denke aber, die meisten von den wichtigen Scheinwerfern sind hier dabei. Wenn man zum Beispiel mal bei Amazon schaut, findet man noch eine ganze Menge andere Billig-Scheinwerfer. Durchaus möglich, dass da auch der ein oder andere dabei ist, der gar nicht so schlecht ist für schmales Geld. Insbesondere fehlen aber die Scheinwerfer von Supernova. Da bin ich einfach noch nicht dazu gekommen, die zu testen. Das wäre zum Beispiel der E3 Pro 2, insbesondere aber auch der neue M99 DY Pro. Der bietet bei sehr hohen Geschwindigkeiten nochmal deutlich mehr Licht als die Scheinwerfer, die ich hier so getestet habe. Müssen wir mal ausprobieren, ist aber preislich wahrscheinlich auch für die meisten nicht erschwinglich. Jetzt kommen wir zuerst mal zu der Frage, welcher von diesen Scheinwerfern erzeugt denn viel Licht? Die Hersteller geben mir immer Lux-Angaben an. Da hat ein Scheinwerfer dann eben 30 Lux, 50 Lux, 80 Lux oder 100 Lux. Meiner Meinung nach ist diese Zahl nicht allzu gut geeignet, um zu beschreiben, ob ein Scheinwerfer jetzt viel oder wenig Licht erzeugt. Der Lux-Wert wird in 10 Meter Entfernung senkrecht zur Fahrbahn am hellsten Punkt des Lichtkegels gemessen. Jetzt ist es natürlich leicht vorstellbar, dass man einen Scheinwerfer konstruieren kann, der das Licht nur relativ schmal verteilt und dafür dann im Zentrum des Lichtkegels sehr hell ist. Wie hoch der Lux-Wert jetzt ist, sagt also relativ wenig darüber aus, ob ein Scheinwerfer viel oder wenig Licht erzeugt. Was ist jetzt besser geeignet? Um eine Aussage darüber zu haben, wie viel Licht ein Scheinwerfer wirklich insgesamt erzeugt, gibt man am besten den Lichtstrom gemessen in der Einheit Lumen an. Diesen Wert geben die meisten Hersteller von Fahrradlampen allerdings leider nicht an. Und während man den Lux-Wert hier mit so einem Lux-Meter doch relativ einfach messen kann, ist die Messung des Lichtstroms nicht ganz so trivial. Der Lichtstrom kann zum Beispiel mit einer sogenannten Ulbricht-Kugel gemessen werden. Das ist eine Hohlkugel, die innen diffus reflektierend ist. Strahlt man jetzt mit einer Lichtquelle dort hinein, wird das Licht an der Oberfläche diffus reflektiert, in alle Richtungen verteilt, an der Oberfläche mehrfach reflektiert und verteilt sich gleichmäßig an der Kugeloberfläche. Die Beleuchtungsstärke an der Kugeloberfläche ist dann an jeder Stelle ungefähr konstant. Und das Wichtigste, die Beleuchtungsstärke an der Oberfläche ist proportional zum eingestrahlten Lichtstrom in Lumen. Hat man jetzt also eine Referenzlichtquelle mit einem bekannten Lumenwert, kann man damit auf andere Lichtquellen schließen und damit den Lumenwert bestimmen. Und so eine Ulbricht-Kugel, die habe ich mir mal selbst gebaut. Nicht wundern, dass meine Ulbricht-Kugel ein Würfel ist. Das hier außen ist nur die äußere Hülle. Darin befindet sich die Kugel. Die Hülle ist nur dazu da, um das Ganze ein bisschen zu schützen und um Licht von außen abzuschirmen. Hier oben hat man eine Öffnung für die Lichtquelle. Und eine kleinere Öffnung für die Referenzlichtquelle. Hier an der Seite eine Öffnung für das Luxmeter. Hier können wir den Deckel mal abnehmen. Darin befindet sich die eigentliche Ulbricht-Kugel. Von innen sieht das Ganze dann so aus. So, jetzt kann ich mal zeigen, wie ich damit eine Messung durchführe. Zuerst wird hier an der Seite das Luxmeter angeschlossen. Dann habe ich hier meine Referenzlichtquelle. Das ist eine kleine Taschenlampe, eine Fenix E12. Die geben wohl relativ realistische Lumenwerte an. Ich verwende hier immer nicht die höchste Leuchtstufe, sondern die mittlere Leuchtstufe, die von Fenix mit 50 Lumen angegeben wird. Ganz einfach, weil sich bei der die Lampe nicht so stark erwärmt und dadurch der Helligkeitsabfall bei Erwärmung nur eine relativ geringe Rolle spielt, was bei der hohen Stufe problematischer ist. Die E12 ist auch relativ gut geregelt. Also, ob man nur einen vollen Akku hat oder schon einen halbwegs leeren, spielt für den Lumenwert eigentlich fast keine Rolle. Das habe ich ausprobiert. Von daher ist sie eigentlich ganz gut geeignet. Die kommt hier oben in die Öffnung für die Referenzlichtquelle. So, und jetzt suche ich mir einfach mal irgendeine Lampe raus. Das ist hier der Busch & Müller Elvi. Und jetzt würde ich erst mal den Referenzwert messen. Luxmeter einschalten. Und jetzt habe ich mir überlegt, ist es am sinnvollsten, den Scheinwerfer in die Öffnung zu halten, so dass die Oberflächeneigenschaften der Kugel so sind, wie sie später auch bei leuchtender Fahrradlampe sind und dann die Referenzmessung vorzunehmen. Auf die Öffnung lege ich hier noch eine von diesen Pappkarten, die ich mir hier gebaut habe, mit verschiedenen großen Öffnungen, die innen auch weiß sind, so dass die Öffnung möglichst klein gehalten wird. Ich suche mir jetzt mal die passende aus. Die für den Scheinwerfer gerade so passt. Die hier ist gut. Halte also den Scheinwerfer so in die Öffnung, wie später die Messung vorgenommen werden soll. Schalte die Referenzlampe auf die mittlere Stufe. Lese hier den Wert ab. Sind 1616 Lumen. Nein, nicht Lumen, sondern Lux natürlich. Ich messe jetzt erstmal den Luxwert und schließe daraus auf den Lumenwert. So, das war es auch schon. Referenzlampe wieder aus. So, und jetzt kommt die Messung der Fahrradlampe. Da es mir ein bisschen unpraktisch erschien, das Ding jetzt irgendwie aufs Fahrrad zu laden und damit loszufahren, habe ich mir noch was anderes gebaut. Und zwar hier einen von einem Motor angetriebenen Nabendynamo, an den ich die Fahrradlampe anschließen kann und dann meine Messung vornehmen. Hier seht ihr das Ganze mal im Detail. Hier ein Nabendynamo, der von einem Motor über einen Riemen angetrieben wird. Hier ein Fahrradcomputer, der die Drehzahl vom Nabendynamo misst. Hier ist dann ein Radumfang von einem normalen 28 Zoll Rad einprogrammiert, so dass die Drehzahl des Nabendynamos dann die gleiche ist, wie sie in der Realität im Rad wäre. Das Ganze kann sowohl über Akkus angetrieben werden, was für den Mobilbetrieb dann wichtig ist, später, wenn ich dann Fotos mache. Im stationären Betrieb nehme ich hier aber eher ein Labornetzteil, was ich hier zum Betrieb des Motors dann anschließe. So, jetzt führe ich hier einmal eine Messung durch. Das Labornetzteil ist angeschlossen. Scheinwerfer in die Messöffnung. Und jetzt starte ich das Ganze mal. Stell auf 20 kmh und lese dann den Messwert ab. So, das sind ungefähr 2.550 Lux. Gebe ich mal in den Taschenrechner ein. 2.550. Die Referenzlichtquelle waren 1.616 Lux. Teile das Ganze also durch 1.616. Und multipliziere den Wert dann noch mit den 50 Lumen der Referenzlichtquelle mal 50. Und komme dann hier auf ungefähr 79 Lumen für den Scheinwerfer bei 20 kmh. Ein Rücklicht war jetzt hier übrigens nicht angeschlossen. Das mache ich grundsätzlich nicht, weil jedes Rücklicht ein bisschen unterschiedlich Strom verbraucht. Aber erfahrungsgemäß verringert ein Rücklicht den Lichtstrom von einem Scheinwerfer nochmal ein kleines bisschen, aber nicht allzu stark. So, und diese Messung habe ich jetzt mal für alle Scheinwerfer, die ich hier habe, durchgeführt. Und zwar nicht nur bei 20 kmh, sondern bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. So kann man, wie hier zum Beispiel für den Edelux 2, das Ganze dann im Diagramm darstellen. Da das Ganze ziemlich unübersichtlich wird, wenn ich jetzt die Kurven von allen Scheinwerfern in einem Diagramm zeige, zeige ich hier mal nur die Lumenwerte für alle Scheinwerfer bei 20 kmh. So, was fällt an dem Diagramm hier denn jetzt besonders auf? Zunächst mal, zumindest wenn man einige besonders schlechte Exemplare rausnimmt und den IQX, der besonders viel Lichtstrom erzeugt, liegen alle Scheinwerfer in einem relativ engen Bereich zwischen gut 100 Lumen und knapp über 200 Lumen. Das ist jetzt eigentlich auch kein Wunder. Schließlich müssen sich alle Dynamo-Scheinwerfer mit der Energie aus dem gleichen Dynamo begnügen. Da ist einfach nicht so viel Spielraum drin. Mancher setzt die Energie ein bisschen besser in Licht um, der andere ein bisschen schlechter. Aber riesige Ausreißer gibt es da eben nicht. Wie ist es denn jetzt mit den Preisen von den Scheinwerfern? Ist es denn so, je mehr man ausgibt, desto mehr Licht erhält man auch? Dafür habe ich hier die Balken mal eingefärbt. Rot für relativ teure Scheinwerfer, die mehr als 80 Euro kosten. Gelb für eher mittelpreisige Scheinwerfer zwischen ca. 35 und 80 Euro. Und grün die relativ günstigen Scheinwerfer. Preise jeweils, aktuell reale Preise, ist ein bisschen schwierig. Die Preise schwanken auch, aber ist so eine ganz grobe Einteilung. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man schon, ja, da gibt es schon eine gewisse Korrelation. Wenn man nur wenig ausgibt, ist die Chance, wenig Licht zu erhalten, schon auch höher. Und um viel Licht zu erhalten, muss man auch ein bisschen mehr ausgeben. Aber ganz so klar ist es dann eben doch nicht. Man kann auch für wenig Geld viel Licht erhalten. Und es gibt auch keinen Automatismus. Wenn man mehr ausgibt, kriegt man auch mehr Licht. So, kann man aus dieser Grafik denn jetzt schon was ablesen, welchen Scheinwerfer man nehmen könnte und welchen nicht. Ich würde erstmal so grundsätzlich sagen, alles was unter 100 Lumen liegt, würde ich heutzutage nicht mehr nehmen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Da kriegt man einfach mehr Licht und vor allem kriegt man dieses mehr Licht, ohne auch mehr Geld auszugeben. Was kann man zum IQX sagen, der jetzt hier mit fast 300 Lumen am meisten Licht erzeugt? Sollte man nicht einfach den nehmen, weil der mehr Licht erzeugt? Ich denke, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Viel Licht ist zwar schön, aber jetzt kommen wir eben noch zum zweiten Teil der Lichtverteilung. Denn Licht gut verteilt ist genauso wichtig, wie viel Licht erzeugt. Und da können wir nochmal genau schauen, welcher Scheinwerfer das Licht wie verteilt. Um euch die Lichtverteilung von all diesen Lampen mal zu zeigen, habe ich von jeder Lampe, vom Lichtkegel, ein Foto unter vergleichbaren Bedingungen gemacht, so dass man sehr schön sehen und vergleichen kann. Dazu habe ich mir hier in der Nähe eine geeignete Stelle gesucht. Das ist hier die Kreuzung von einer relativ wenig befahrenen Landstraße. Eine von den Straßen, die da weg geht, ist nur ein Feldweg, wo also kein Verkehr zu erwarten ist. Da kann ich mich also wunderbar auf den Feldweg stellen, kann meine Lampen da aufbauen, meine Kamera, kann auf die Straße leuchten und von den Lampen Fotos machen. So sieht der Versuchsaufbau dann nachts aus. Vorne ein kleines Stativ mit daran befestigter Lampe. Daneben seht ihr meinen motorgetriebenen Nabendynamo. Der Motor wird hier mit Akkus betrieben. An den Nabendynamo ist der Scheinwerfer angeschlossen. Dahinter das Stativ mit Kamera. Wichtig ist es hier, auf jeden Fall immer vergleichbare Einstellungen vorzunehmen. Hier kurz die Einstellungen, die immer in der Kamera eingestellt waren. Und auch die Fahrbahnbeschaffenheit sollte immer ungefähr gleich sein. Sprich, ich habe immer darauf geachtet, dass der Boden trocken ist, weil nasser Untergrund die Reflexionseigenschaften vom Licht deutlich verändert. Hier jetzt mal ein Beispielfoto von einem starken E-Bike-Scheinwerfer, an dem ich euch die Entfernung mal zeigen kann. Der untere Bildrand ist bei 1 Meter Entfernung vom Scheinwerfer. Der Anfang vom Asphalt 2 Meter. Eine Fuge im Asphalt 6 Meter. Das Verkehrsschild ist 27 Meter entfernt. An der Seite sind Entfernungsmarkierungen in 10, 20, 30, 40 und 50 Meter aufgestellt. Die sind leider später auf einigen Fotos nicht vorhanden, nur auf manchen. Und hinten sieht man noch in 130 und 160 Meter Entfernung zwei Leitpfosten. Die Breite der Straße beträgt ungefähr 3 Meter. Nach vorne im Kreuzungsbereich wird die Straße natürlich deutlich breiter. So und jetzt geht es endlich los mit den Ausleuchtungsfotos von den ganzen Scheinwerfern hier. Ich zeige euch die Fotos einfach mal. Oben blende ich jeweils noch den Namen und den Lungenwert bei 20 kmh ein, damit ihr euch besser orientieren könnt. Erzähle euch, was mir dabei so aufgefallen ist bei dem Scheinwerfer, bei der Ausleuchtung. Ich zeige euch den Scheinwerfer dann auch nochmal kurz. Sag vielleicht noch kurz ein paar Worte dazu, was mir am Gehäuse und sonst so aufgefallen ist. Und los geht's. Hier der AXA Pico 30, ein recht günstiger Scheinwerfer. Zu dem will ich eigentlich nicht viel sagen. 80 Lumen ist einfach zu wenig. Für den gleichen Preis gibt es schon wesentlich mehr Licht. Die Lichtverteilung, naja, vorne ein bisschen viel Licht, nach hinten ein bisschen wenig. Aber passt, vor zehn Jahren, als ich den gekauft habe, war das ein ganz passabler, günstiger Scheinwerfer. Heutzutage würde ich das nicht mehr empfehlen. Ist ein recht kleines Gehäuse, ist schon einer der kleineren Scheinwerfer. Ganz nett, aber lichttechnisch einfach nicht mehr zu empfehlen. Dieser Scheinwerfer von gleichem Hersteller, von AXA, der Blue Line 50, ist dann ganz okay. 160 Lumen ist durchaus in Ordnung. Die Ausleuchtung ist eher schmal. Vorne hat man ein paar etwas störende Lichtartefakte. Im vorderen Bereich ist auch die Beleuchtungsstärke deutlich zu hell. Nach hinten nimmt sie dann sehr stark ab. Dadurch stellt sich das Auge auf den hellen vorderen Bereich ein, sieht dann hinten schlechter. Ist jetzt nicht total dramatisch. Ist ansonsten einigermaßen gleichmäßig der Lichtkegel. Gehört jetzt nicht zu den besten, aber ist durchaus ganz passabel. Das Gehäuse ist ganz in Ordnung. Vorne ein Metallring. Der Rest hier hinten besteht aus Kunststoff. Der Schalter hier hinten, der wirkt ein bisschen klapprig, aber gut. An der Seite hat der Scheinwerfer noch zusätzliche Tagfahrlicht-LEDs integriert, die nicht nur nach vorne, sondern auch zur Seite leuchten. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Das Tagfahrlicht gefällt mir hier beim Blue Line 50 recht gut. Es gibt allerdings verschiedene Versionen vom Blue Line 50 mit und ohne Tagfahrlicht. Ich glaube auch teilweise mit und ohne Standlicht. Da muss man schauen, dass man die richtige erwischt. Der Halter hier unten ist auch komplett aus Metall. Wirkt recht stabil. Hier der Bücheltur 45. 120 Lumen sind nicht wahnsinnig viel, aber das ist ein sehr günstiger Scheinwerfer. Dafür ist es durchaus okay. Im Nahfeld hat man ein bisschen weniger Ausleuchtung, aber ist durchaus noch genug Licht vorhanden. Der Hauptlichtkegel fängt dann ein bisschen weiter hinten an. Fernsehicht ist nicht wahnsinnig gut, aber passt schon. Ansonsten ist das Lichtfeld halbwegs gleichmäßig. Das Gehäuse ist ein einfaches Kunststoffgehäuse. Es ist ein relativ kleines Gehäuse. Der Halter hier besteht aus Metall komplett. Hier hinten sind die Anschlüsse für das Rücklicht. Der Schalter funktioniert eigentlich ganz gut. Gibt es nichts daran auszusetzen. Jetzt der Busch und Müller AVI. Bei 70 Lumen, finde ich, muss man nicht viel sagen. Das ist einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Da kommt nicht viel bei raus. Das Lichtfeld ist recht schmal. Immerhin fängt es vorne direkt vor dem Rad an. Weil sich, naja, es ist einigermaßen Licht nach hinten konzentriert. Aber da insgesamt nicht viel Licht da ist, funktioniert es auch nicht wahnsinnig gut. Das Gehäuse ist ein einfaches Kunststoffgehäuse. Halter aus Metall. Hinten hat man noch zwei Anschlüsse für das Rücklicht. Und noch zwei zusätzliche Anschlüsse, die man zum Dynamo führen kann. Ist aber auch zusätzlich schon ein Kabel dran. Hier der Busch und Müller Ike. Der erzeugt mit 210 Lumen doch ziemlich viel Licht. Was mich doch recht überrascht hat. Weil das schon eher günstiger Scheinwerfer ist. Nicht sehr günstig, aber schon einer der günstigeren. Und dafür doch sehr viel Licht. Die Lichtverteilung finde ich allerdings nicht ganz so gelungen. Im Nahfeld kommt wirklich sehr viel Licht an. Das ein bisschen mehr auf den Fernbereich noch verteilt, würde das Lichtfeld viel gleichmäßiger machen. Und man hätte nicht nur im Nahbereich eine gute Sicht, sondern auch im Fernbereich ein bisschen mehr. Man muss aber auch sagen, wenn man den Scheinwerfer ein bisschen höher anbringt. Für das Bild hier ist er jetzt in 70 Zentimeter Höhe angebracht. Wenn man den zum Beispiel am Lenker anbringen würde, würde sich das verbessern. Hier mal zum Vergleich ein Foto vom Akkuscheinwerfer Exxon Core. Der hat den gleichen Reflektor, entsprechend die gleiche Ausleuchtung. Den habe ich hier für das Foto in 1 Meter Höhe angebracht. Da entschärft sich das Problem schon mal deutlich. Das herausstechende Merkmal vom Ike ist ein besonders kleines Gehäuse. Hier oben ist es aus Metall zur besseren Wärmeableitung. Unten aus Kunststoff. Der Halter ist aus Metall. Hier oben sieht man integriert noch zwei Tagfahrlicht-LEDs. Allerdings haben nicht alle Versionen vom Ike die Tagfahrlicht-LEDs. Hier die Ausleuchtung vom SIO Premium T-SENSO+. Um hier nicht durcheinander zu kommen, noch ein paar Worte zu den Varianten, die es beim SIO gibt. Das Premium bezeichnet die neue Variante. Der alte SIO ohne Premium, der hatte eine deutlich schmalere, komplett andere Ausleuchtung. Der wird auch nicht mehr hergestellt. Das T bezeichnet das Tagfahrlicht. Das Sensor, die Sensorfunktion, die hat der SIO Premium mittlerweile immer und das Plus hat er auch immer, ist das Standlicht. Es gibt noch aktuell den SIO Premium SENSO+, also ohne T. Dem fehlt einfach das Tagfahrlicht. Dann gibt es noch den SIO Premium RT SENSO+. Das R steht für den Rückstrahler, der ist im Scheinwaffergehäuse dann integriert und nicht unten dran. Diese Varianten werden nur mit 60 Lux statt 80 Lux beworben. Inwiefern da die Ausleuchtung anders ist, kann ich nicht genau sagen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Und es gibt noch den SIO Premium R SENSO+, auch mit den 60 Lux, aber ohne Tagfahrlicht. Die Ausleuchtung beim SIO Premium gefällt mir recht gut. Die Ausleuchtung ist durchaus recht breit, also breiter als die meisten anderen Dynamo-Scheinwerfer, die ich kenne. Allerdings, wenn man mal genau hinschaut, sieht man, dass die breite Ausleuchtung nicht bis ganz hinten geht. Also so im Bereich vielleicht 15, spätestens 20 Meter wird die Ausleuchtung wieder schmaler. Ist so weit hinten aber vielleicht auch nicht unbedingt nötig. Konzentriert auch in den Fernbereich, ausreichend Licht, hat insgesamt ein einigermaßen gleichmäßiges Lichtfeld. Nur hier hinten im Fernbereich, dieser hellere Fleck, der ist ein bisschen abgegrenzt, das stört manchmal ein bisschen. Hier das Gehäuse vom SIO Premium, besteht weitestgehend aus Kunststoff, oben aber aus Metall zu besseren Wärmeableitungen. Hier unten sieht man die vier Tagfahrlicht-LEDs. Der Schalter hier hinten, der funktioniert recht gut, lässt sich auf Aus, Sensorbetrieb oder immer Tagfahrlicht stellen. So, jetzt werde ich mal kurz von der alphabetischen Reihenfolge abweichen und hier einen Scheinwerfer dazwischen schieben. Hier nochmal kurz das Ausleuchtungsfoto vom SIO Premium, den wir gerade hatten. Und hier jetzt der SON EDELUX 2. Die Ausleuchtung sieht doch mehr oder weniger identisch zum SIO Premium von vorher aus, oder? Wie kommt das, obwohl es doch eine andere Firma ist? SON steht für Schmidts Original-Nabendynamo. Dahinter steht die Firma Wilfried Schmidt Maschinenbau aus Tübingen, die vor allem für ihre legendären Nabendynamos bekannt sind. Die stellen aber auch den Scheinwerfer EDELUX 2 her. Der Reflektor im Scheinwerfer, der wird aber von Busch & Müller zugeliefert. Daher die gleiche Lichtverteilung. Beim EDELUX 2 habe ich 210 Lumen gemessen. Beim SIO Premium vorher waren es nur 190. Also durchaus möglich, dass der EDELUX 2 ein bisschen mehr Licht erzeugt. Ich wäre da bei der Messung ein bisschen vorsichtig. So genau sind meine Messungen auch nicht. Ist ein bisschen schwer zu sagen. Mein SIO Premium ist außerdem schon um die 10 Jahre alt. Der EDELUX 2, den ich hier hatte, der ist neu. Könnte aber plausibel sein, dass der EDELUX 2 ein bisschen mehr erzeugt. Zum einen, weil Son laut eigener Aussage bei der LED die Sortierung mit der höchsten Effizienzklasse verwendet. Bei Busch & Müller weiß ich nicht genau, was da verwendet wird. Die Scheibe vorne im Scheinwerfer beim EDELUX 2 ist aus Glas. Bei Busch & Müller ist das Kunststoff, der ein bisschen mehr Licht schluckt. Schwer zu sagen, aber der Unterschied sollte auf jeden Fall nicht übermäßig groß sein. Die Lichtfarbe ist auffällig, dass die ein bisschen anders ist. Das Lichtbild wirkt hier beim EDELUX 2 ein bisschen gelblicher als beim SIO Premium. Und tatsächlich hat mir Schmidt bestätigt, dass die LED, die sie verwenden, ein bisschen mehr ins Neutralweiße geht. Allerdings in der Praxis fällt das Ganze nicht so stark auf wie auf dem Bild. Das menschliche Auge gleicht da einfach mehr aus. Trotzdem ist aber neutralweißes Licht tendenziell ein bisschen besser geeignet als sonst oft verwendete kaltweiße LEDs, weil darauf Kontraste ein bisschen besser sichtbar werden. So, letztendlich erzeugt der EDELUX 2 also auch nur das gleiche Licht wie der SIO Premium, vielleicht minimal mehr. Kostet aber ungefähr das Dreifache. Und der große Unterschied ist einfach das Gehäuse, was das rechtfertigen könnte. Das ist nämlich doch recht exklusiv verarbeitet. Besteht komplett aus Aluminium. Die Scheibe vorne aus Glas statt Kunststoff. Der Schalter hier hinten ist recht interessant ausgeführt. Der ist nämlich nur auf der Oberfläche, hat einen Magneten integriert. Im Inneren befindet sich dann ein sogenannter Rädkontakt, der magnetisch geschaltet wird. Der Schalter hat also überhaupt keine Verbindung zum Inneren, sondern schaltet rein magnetisch. Dadurch kann man das Ganze deutlich besser wasserdicht ausführen. Die Elektronik im Inneren ist wohl auch vergossen, was, wenn eventuell doch mal Feuchtigkeit eindringt, nicht so schnell zu Schäden führt. Auch sich lösende Bauteile durch Vibration sind dadurch wesentlich unwahrscheinlicher. Das Kabel vom Edelux II ist ein recht stabil wirkendes Koaxialkabel. Auch das ist ein gewisser Unterschied zu anderen Scheinwerfern. So, jetzt geht es wieder in alphabetischer Reihenfolge weiter nach diesem kurzen Einschub. Weiter also mit Busch und Müller. Hier der IQX-S. Der hat nicht ganz so eine breite Ausleuchtung wie der CIO Premium, ist aber trotzdem ausreichend breit. Das Schöne ist, man hat hier direkt vom Nahbereich, direkt vor dem Rad bis in den Fernbereich, eine recht gleichmäßige Ausleuchtung. Auch auf den Fernbereich ist ausreichend Licht fokussiert, was bei vielen Scheinwerfern oft nicht so ist. Man hat hier also auch eine recht gute Fernsicht. Gefällt mir doch recht gut. Der Scheinwerfer ist schön stabil, komplett aus Aluminium, in Schwarz und Silber erhältlich. Seit einiger Zeit aber auch in einem kompostierbaren Kunststoffgehäuse. Der Schalter hier ist ein Taster, der sich leider dann dadurch nur während der Fahrt schalten lässt, merkt sich den Zustand aber immerhin auch im Stand. Das Tagfahrlicht ist interessant gelöst, strahlt einfach aus einer etwas anderen Position in den Reflektor, also quasi wie so eine Art Mini-Fernlicht, statt wie sonst meist eine LED, die direkt nach vorn strahlt. Jetzt der IQX, der erzeugt mit rund 290 Lumen doch deutlich mehr Licht als alle anderen Scheinwerfer, die ich hier mit getestet habe. Man sollte das jetzt nicht überschätzen. Es ist rund 50% mehr Licht als andere gute Scheinwerfer, bringt die Ausleuchtung jetzt nicht auf ein völlig neues Level, aber ist schon doch sichtbar. Die Ausleuchtung ist einigermaßen breit, aber auch auf keinen Fall extrem breit. Man hat vom Nah bis in den Fernbereich ein insgesamt recht hell ausgeleuchtetes Lichtfeld. Der Nahbereich fängt direkt vor dem Rad an, ist aber verglichen mit anderen Scheinwerfern doch eher schmal ausgeleuchtet. Und oft kritisiert wird auch diese Lücke hier zwischen Nah- und Fernbereich, die definitiv da ist und den einen oder anderen stört. Das Aluminiumgehäuse ist recht gut verarbeitet. Vorne hat er noch zwei Tagfahrlicht-LEDs integriert. Hier hinten mit dem Taster lässt sich der Scheinwerfer aus oder auf Automatikbetrieb schalten. Meiner ist hier hinten schon ein bisschen zerkratzt. Das Gehäuse gibt es übrigens sowohl in schwarz als auch in silber. Der Halter hier ist ein Kunststoffhalter. Allerdings ist das nicht mehr der Halter, mit dem der IQX mittlerweile geliefert wird. Hier ist mal der E-Bike Scheinwerfer IQXM und den Halter hat der IQX mittlerweile auch. Der ist nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus Metall. Der untere Teil ist aber immer noch aus Kunststoff und es wird oft kritisiert, dass der Halter leicht schwingt. Das ist sowohl bei dem alten als auch bei dem neuen so. Kann ich auch bestätigen. Bei stärkeren Unebenheiten schwingt der Scheinwerfer leicht. Ist ein bisschen Ansichtssache, ob das stört oder nicht. Zur Not kann man aber auch einen einfachen Metallhalter für wenige Euro dort anbringen. Entgegen meiner Ankündigung, nur Scheinwerfer mit zu berücksichtigen, die auch noch hergestellt werden. Jetzt mal den Luxus. Der wird, soweit ich weiß, nämlich nicht mehr hergestellt. Immerhin ist der aber noch in Restbeständen zu haben. Und da er eine sehr spezielle Ausleuchtung hat, die von einigen sehr geschätzt wird, nehme ich den hier mal trotzdem mit rein. Der Luxus hat nämlich eine besonders breite Ausleuchtung. Besonders im Nahbereich ist die Ausleuchtung extrem breit und übertrifft andere Dynamo-Scheinwerfer bei Weitem. Die Ausleuchtung im seitlichen Nahbereich ist dabei zwar ein bisschen ungleichmäßig und deutlich weniger hell als der Rest vom Lichtkegel, ist aber trotzdem einmalig und in Kurven durchaus keine schlechte Sache. Ansonsten ähnelt der Lichtkegel ein wenig dem Syopremium, auch mit einem abgesetzten Bereich im Fernbereich. Das hier ist übrigens die Ausleuchtung vom Luxus B. Es gibt auch noch den Luxus U. Der hat noch zusätzlich einen Akku integriert, mit dem sich für einige Zeit ein Flutlichter zuschalten kann, mit dem einfach die Beleuchtungsstärke noch mal ein Stück erhöht wird, mehr als es nur mit dem Dynamo möglich wäre. Und zusätzlich hat er noch ein paar andere Zusatzfeatures. Den habe ich selber auch. Leider ist da aber mittlerweile der interne Akku kaputt und der lässt sich nicht mehr zum Leuchten bewegen. Deshalb auch kein aktuelles Ausleuchtungsfoto. Vielleicht repariere ich den irgendwann mal. Hier das Gehäuse vom Luxus. Hier oben eine Metallplatte, wo durch die Wärmeableitung verbessert wird. Die ist übrigens geschraubt. Das Gehäuse lässt sich super öffnen, im Gegensatz zu den meisten anderen Scheinwerfern. Hier oben sind vier Tagfahrlicht-LEDs integriert, die über eine Art Mini-Reflektor nach vorne leuchten, also nicht direkt. Das Gehäuse ist übrigens außerordentlich groß vom Luxus, größer als die meisten anderen Dynamo-Scheinwerfer. Hier hinten lässt er sich ein- und ausschalten. Der Halter hier ist jetzt nicht der Originalhalter, das ist irgendein spezieller Halter. Hier mal der Luxus U. Dieser Halter ist normalerweise auch am Luxus B dran. Vorne lässt sich noch ein Ansteckrückstrahler anbringen, der beim Luxus B jetzt hier nicht dran ist. Hier der Hermanns MR4. Die gemessenen 120 Lumen bei 20 kmh entsprechen übrigens genau der Herstellerangabe. Und auch wenn ich nicht genau weiß, bei welcher Geschwindigkeit der Hersteller gemessen hat, stimmt mich das doch einigermaßen zuversichtlich, dass meine Messung halbwegs brauchbare Werte liefert. Die Ausleuchtung hier gefällt mir recht gut. Im Nahbereich ausreichend breit ausgeleuchtet. Auch insgesamt ist der Lichtkegel breit genug, wenn auch nicht sehr breit. Ist einigermaßen gleichmäßig ausgeleuchtet. Was man auch kritisieren könnte, dass tendenziell vielleicht ein bisschen viel Licht im Nahbereich ist und zu wenig auf den Fernbereich konzentriert, aber ist auf keinen Fall dramatisch. Auch die Farbtemperatur der LED gefällt mir. Hermanns benutzt hier eine neutral weiße LED. Sprich, es ist nicht ganz so viel Blauanteil wie bei den sonst oft verwendeten kaltweißen LEDs im Licht enthalten, was das Kontrastsehen etwas verbessert. Das Gehäuse vom MR4 ist sehr einfach gehalten. Komplett aus eher dünnwandigem Kunststoff. Auch der Halter aus Kunststoff ist nicht unbedingt ein Highlight, aber erfüllt seinen Zweck. Der Schalter hier lässt sich ein- und ausschalten. Automatikfunktion gibt es nicht. Lässt sich durch die Größe einigermaßen gut bedienen. Passt, würde ich sagen. Hier der Hermanns MR8. Ja, die Lichtverteilung sieht genauso aus wie beim letzten Scheinwerfer. Hier nochmal der MR4 zum Vergleich. Und wieder der MR8. Also gleiche Lichtverteilung, aber die Lichtstärke ist etwas größer. Gemessen habe ich hier 170 Lumen. Der Hersteller gibt 180 Lumen an, aber solche kleinen Unterschiede sind auf alle Fälle innerhalb der Messgenauigkeit meiner Messung. Ansonsten kann man nur das gleiche sagen wie beim MR4. Ausreichend breite Ausleuchtung, relativ gleichmäßige Lichtverteilung, vielleicht leichte Schwächen im Fernbereich. Hier rechts der MR8 und links zum Vergleich der MR4. Der MR8 hat oben den Teil aus Metall zur besseren Wärmeableitung, was der MR4 nicht hat. Der Schalter ist genauso wie beim MR4. Einen kleinen Unterschied gibt es noch beim Halter. Der ist beim MR8 zweiteilig und lässt sich dadurch ein bisschen besser verstellen. Hier der Hermanns H-Black Pro. Hier gibt der Hersteller 200 Lumen an. Ich habe selber aber auch nur die 170 Lumen, genauso wie beim deutlich günstigeren MR8 gemessen. Kann durchaus eine Messungenauigkeit sein, schwer zu sagen. Aufgefallen ist mir auch, dass der H-Black Pro bei größeren Geschwindigkeiten noch ein bisschen mehr in Helligkeit zunimmt als der MR8. Von der Lichtverteilung bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ja, sie wirkt erst mal relativ breit, aber im Nahbereich hat man eine relativ schlechte Ausleuchtung. Auch ist hier im mittleren Bereich ein recht heller Lichtfleck vorhanden, im Fernbereich dafür ein bisschen zu wenig. Das ist noch deutlich stärker ausgeprägt als beim MR8. Auch vorne dieser Helligkeitssprung ist ein bisschen ungünstig. Also passt schon, ist nicht wirklich eine schlechte Ausleuchtung, aber ehrlich gesagt gefällt mir die Lichtverteilung beim günstigeren MR8 besser. Hier das Gehäuse vom H-Black Pro. Das besteht hier in der Mitte komplett aus Aluminium, vorne der Ring und hinten der Schalter, aber aus Kunststoff. Auch der Halter aus Kunststoff. Der Halter ist der gleiche wie beim MR8. Der Drehschalter sieht auch genauso aus wie beim MR8, lässt sich aber ehrlich gesagt ein bisschen angenehmer drehen. Was noch auffällt, ist die Linse hier vorne. Die steht deutlich nach vorne über. Da ist ein bisschen das Problem, wenn man deutlich über den Lenker gebeugt fährt, dass die dann von unten durchaus blenden kann. Hier der Luxtra Ultra Breit. Ich glaube, Luxtra ist nicht wirklich der Hersteller von der Lampe. Teilweise findet man die auch unter anderem Namen. Eindeutiges Kennzeichen ist die Zulassungsnummer 1450, die man unten an der Lampe findet. Die Ausleuchtung ist relativ schmal, aber dafür recht hell. Einigermaßen gleichmäßig. Der Hauptlichtkegel reicht nicht bis in den Nahbereich. Auch da hat man aber durchaus noch genug Licht. Insgesamt durchaus keine schlechte Ausleuchtung, wenn man gerne eine schmale, konzentrierte Ausleuchtung hat. Das Gehäuse vom Ultra Breit besteht hier vorne aus Metall, hier dann aus Kunststoff, hinten wieder Metall. Der Schalter hinten aus Kunststoff. Der wirkt ein bisschen billig beim Schalten, aber funktioniert im Prinzip. Der Halter hier, komplett aus Metall, wirkt relativ stabil. Hier der Profit 6071. Ich glaube, Profit ist hier nicht der Hersteller. Den Scheinwerfer gibt es auch unter anderem Namen immer wieder zu kaufen. Eindeutiges Erkennungsmerkmal ist die Zulassungsnummer 1274 von einem Scheinwerferglas. Gemessen habe ich hier 200 Lumen, was für einen Billig-Scheinwerfer wirklich außergewöhnlich viel ist. Die Ausleuchtung ist aber doch sehr schmal. Dafür zwar relativ stark, aber auch die Lichtverteilung ist nicht übermäßig gut. Vorne viel zu viel Licht, hinten zu wenig. Auch im Nahbereich kommt aber immerhin genug Streulicht an. Aufgefallen ist mir bei dem noch sehr negativ, dass unter 7 kmh der Scheinwerfer ausschaltet und dann nur noch das Standlicht leuchtet. Das ist bei sehr langsamen Bergauffahrten zum Beispiel wirklich sehr schlecht. Das Gehäuse recht einfach und unauffällig. Hier oben ist eine Metallplatte eingearbeitet, um besser die Wärme abführen zu können. Der Schalter schaltet sich eigentlich recht gut, lässt sich an- und ausschalten und auch ein Automatikmodus ist verfügbar. Hier der Spandinger Axendo 40. Der erzeugt mit 100 Lumen für eine günstige Lampe, denke ich, gerade noch genug Licht. Die Ausleuchtung ist relativ gleichmäßig. Allerdings finde ich, im Nahbereich hat man ein bisschen zu viel Licht, im Fernbereich dafür ein bisschen zu wenig. Der direkte Nahbereich, ganz vorn bis ungefähr 2 m, ist leider fast gar nicht ausgeleuchtet. Übrigens benutzt der Axendo 40 den Reflektor des Philips SafeRide 40, der aber schon vor 10 Jahren eingestellt wurde. Das Gehäuse aus Kunststoff, relativ breit. Der Schalter hier hinten lässt sich nicht so optimal schalten. Dieser Streifen hier aus Silikon erfüllt keine Funktion, ist nur aus optischen Gründen da. Und der Halter ein einfacher, aber funktionierender Metallhalter. Hier der Spandinger Axendo 60. Der benutzt übrigens den Reflektor vom SafeRide 60 von Philips, hat also entsprechend die gleiche Lichtverteilung. Dieser Scheinwerfer von Philips war früher immer recht beliebt. Leider erreicht der Axendo 60 mit ungefähr 140 Lumen, aber weniger Lichtstrom als der 10 Jahre alte Philips SafeRide 60. Bei dem habe ich 170 Lumen gemessen. Hier mal die Ausleuchtung vom SafeRide 60 im Vergleich. Gleiche Lichtverteilung, aber man sieht schon, dass der noch ein kleines bisschen heller ist. Die Lichtverteilung ist recht gleichmäßig, nicht allzu breit, aber ganz flächig relativ hell. Der Nahbereich ist auch relativ gut und einigermaßen breit ausgeleuchtet. Und einzig der Fernbereich könnte nach meinem Geschmack noch ein bisschen besser ausgeleuchtet sein. Hier das Gehäuse. Zum Vergleich mal noch der Axendo 40. Da sieht man, der ist ein bisschen kleiner. Der Axendo 60 ist doch relativ breit. Hier vorne sieht man, hat der Tagfahrlicht-LEDs unten integriert. Der Halter aus Metall. Das Gehäuse hier vorne aus Kunststoff. Der hintere Teil besteht aber komplett aus Metall. Dieser Silikonring hier hat wie beim Axendo 40 keinen Zweck, sondern ist da nur aus optischen Gründen. Der Schalter hinten ist der gleiche wie beim Axendo 40. Lässt sich doch relativ schlecht bedienen. Hier der Trelock LS383. Mit ungefähr 45 Lumen erzeugt er mit Abstand von allen hier vorgestellten Scheinwerfern am wenigsten Licht. Deswegen hier auch nicht mehr allzu viel zur Ausleuchtung. Das ist einfach inakzeptabel wenig. Vor allem, weil man für das gleiche Geld schon wesentlich mehr Licht kriegt. Hier seht ihr den LS383 kurz. Hat vorne eine Linse. Einfaches Kunststoffgehäuse. Kunststoffhalter. Hier noch so ein Metallteil hinten eingearbeitet. Großen Drehschalter hinten, der aber recht schwergängig ist. Hier der Trelock LS785. Mit 130 Lumen erzeugt er für einen Scheinwerfer in der mittleren Preisklasse leider doch eher wenig Licht. Die Ausleuchtung ist ausreichend hell und hinreichend gleichmäßig. Im nahen und mittleren Bereich aber doch leider sehr schmal. Etwas störend finde ich die durch die Linse verursachten Farbstiche. Besonders so im mittleren Bereich. Dieses bläuliche Stück. Hier das Gehäuse. Vorne eine Linse. Der hintere Bereich hier aus Metall. Der Rest ist aus Kunststoff. Der Halter ist komplett aus Metall. Auch das untere Stück. Das Anschlusskabel ist nochmal zusätzlich ummantelt. Und zum Schluss hier noch die Ausleuchtung vom Union UN4265. Auch der erzeugt mit 70 Lumen leider sehr wenig Licht. Auch wenn ich die Lichtverteilung gar nicht mal so schlecht finde. Als ich den 2014 das erste Mal getestet habe, war das ein ganz guter Einsteiger-Scheinwerfer. Heute ist das einfach zu wenig Licht, um noch mithalten zu können. Hier seht ihr das Gehäuse von dem Scheinwerfer. Finde ich nicht unbedingt sonderlich hübsch. So, welchen von diesen Scheinwerfern würde ich denn jetzt empfehlen? Bevor ich euch meine Empfehlung nenne, nochmal der Hinweis, schaut euch mal selber die Ausleuchtungsfotos an. Beschäftigt euch mit den Scheinwerfern. Viele Sachen sind nämlich einfach auch subjektiv. Und meine Empfehlung muss nicht unbedingt das Beste für euch sein. Auf fahrradbeleuchtunginfo.de habe ich eine Übersichtsseite über alle Dynamo-Scheinwerfer, die ich getestet habe. Auf denen ihr alle Ausleuchtungsfotos in der Übersicht seht und auf denen auch alle Testberichte verlinkt sind. In denen ihr nochmal deutlich mehr Details, als ich die hier in das Video packen konnte, über diese Scheinwerfer erfahrt. Jetzt aber zu meinen Empfehlungen. Wenn man sich mal gar kein Preislimit setzt, dann kristallisieren sich für mich eigentlich zwei Scheinwerfer heraus, die ich empfehlenswert finde. Der erste ist der IQX von Busch & Müller. Der erzeugt einfach deutlich mehr Licht, als die anderen Scheinwerfer hier. Auch wenn die Ausleuchtung nicht perfekt ist, finde ich den doch recht gut. Mit 90 Euro ist der jetzt durchaus nicht günstig, aber ich denke noch halbwegs bezahlbar. Der zweite, der sich für mich herauskristallisiert, ist der Son Edelux 2. Der erzeugt deutlich weniger Licht, als der IQX, obwohl er mit ungefähr 150 Euro deutlich teurer ist. Dafür hat er doch aber ein sehr gut verarbeitetes Gehäuse. Schon recht exklusiv, an vielen Stellen sehr gut durchdacht und gefällt mir vom Gehäuse nochmal ein ganzes Stück besser als der IQX. Hier muss man also so ein bisschen auswählen, was man mehr mag. Aber auch der Luxus von Busch & Müller ist durchaus nicht schlecht. Dem sei eine besonders breite Ausleuchtung, gefällt schon dem einen oder anderen. Ich finde die anderen beiden besser, aber ich glaube auch einige von euch werden den besonders gut finden. Auch der kostet sowas um die 80, 90 Euro im Moment. Wie schon am Anfang vom Video gesagt, kann man sich aber durchaus auch mal die Dynamo-Scheinwerfer von Supernova anschauen. Besonders den M99, die Y-Pro. Den habe ich noch nicht getestet. Könnte im hohen Preisbereich durchaus auch eine Option sein. Wenn einem die 80 bis 90 Euro für den IQX zu viel sind, hat man aber durchaus auch andere ganz gute Alternativen. Hier würde ich vor allem den Busch & Müller Studio Premium wählen. Der kostet so grob 50 Euro. Der hat ja, wie wir schon gesehen haben, die gleiche Ausleuchtung wie der deutlich teurere Son E-Delux 2. Auch wenn er nicht das besonders exklusive Gehäuse hat. Auch damit kriegt man aber gar keine schlechte Ausleuchtung. Der ist ja bis in den mittleren Bereich besonders breit. Wenn man ganz so eine breite Ausleuchtung nicht haben will, kann man durchaus auch den IQX-S von Busch & Müller nehmen. Kostet ungefähr genauso viel wie der Studio Premium. Leuchtet im mittleren Bereich etwas schmaler aus. Im Fernbereich dafür etwas breiter. Leuchtet insgesamt auch ein bisschen gleichmäßiger noch als der Studio Premium aus. Also zwischen den beiden würde ich mich eigentlich entscheiden. Mir fällt es schwer zu sagen, welchen finde ich jetzt wirklich besser. So, und wenn einem auch die ungefähr 50 Euro zu viel sind, dann habe ich gute Nachrichten. Denn auch für deutlich weniger Geld kriegt man schon durchaus ganz gute Scheinwerfer, bei denen man bei der Ausleuchtung nicht allzu viele Abstriche machen muss. Dafür muss man dann bei der Lichtverteilung teilweise ein bisschen Abstriche machen. Teilweise auch bei der Gehäusequalität deutliche Abstriche. Aber man kriegt schon durchaus ganz gute Sachen. Hier ist mein Favorit eigentlich der Hermanns MR8. Hier muss man aber natürlich auch ein bisschen schauen, wie der aktuelle Preis so ist. Der schwankt durchaus ein bisschen stark. Wenn man den für 25 bis 30 Euro kriegt, ist das eine super Option für wenig Geld. Wenn man dann aber deutlich mehr als 30 Euro ausgeben muss, dann würde ich doch eher einen von den teureren Empfehlungen wählen. Auch der Lux3 Ultra Breit hat mich durchaus überzeugt. Hier finde ich das Gehäuse nochmal ein bisschen besser als beim MR8. Der leuchtet eher schmal aus, aber ist ansonsten vom Lichtbild auch durchaus eine schöne Sache. So, ich hoffe mit diesem Video konnte ich euch ein bisschen helfen, den passenden Dynamo-Scheinwerfer für euch auszusuchen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann hinterlasst doch gerne unten einen Kommentar. Ich versuche jeden Kommentar zu beantworten. Würdet ihr euch nochmal ein ähnliches Video über Akku-Fahrrad-Scheinwerfer wünschen? Dann schreibt das doch gerne auch nochmal unten in die Kommentare und abonniert den Kanal, damit ihr das nicht verpasst, wenn es in Zukunft mal kommt.